Artyom, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Ich habe davon gehört. Dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis tot hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomich, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte, 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 warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Meine Kürze. Oh, ich weiß nicht, ob das war nicht. Ich habe jetzt einen Besuch. Ich habe eine Fandschuhe breit. Herz, die Kreuzung. Schnell da gehen. Du Idiot. Im Freien würden wir das nicht überleben. Wir müssen die Station erreichen. Sofort. Stopp auf Filtern, Artyomich. Wenn du deine Maske tauschst, dann schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Oh, wie? Wer? Ich finde eine Leiche mit einer Maske oder was? Wo ist denn hier? Ach, da. Boah, lecker, lecker. Es heißt, diese Tunnels verherbergen mehr als so Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an Seelen, Artyom. Aber dieser verdammte Ort lebt mir. Ja, zweifelnd. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, ich will den Ding machen. Ich lasse es auch. Lass uns raus, ans Licht gehen. Nee, ich gucke mich erst mal um. Was gibt's denn hier Schönes? Hanneschan. Dahinter ist hab ich schon auch irgendwas, aber ich kann mich nicht. Naja. Oh, ne doppelläufige Sprotfrenze. Oh. Fuck. 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 Okay, also die Scheiße. Krass. Woher kommt der her? Oh, die Waffe ist auf jeden Fall geil. Oh ja, okay. Bist du okay, Kumpel? Du bist ja voller Blut. Schrotflitte gefunden? Oh, sehr schön. Die wird noch nützlich sein. Bist du irre? Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Was ist das? Einmal hier in der Bühne. Ob noch leer? Oh, wir kommen in der Nähe. Wo, wo, wer? Okay, das haben wir geschafft. Wohin gehen wir jetzt? Suchen wir uns einen Weg durchs Flugzeug. Ja, ich bin dabei. Oh, sieht das fett aus, ganz ehrlich. Jetzt habe ich geschissen über diesen Ort gehört. Hier passiert wirklich scheiße. Zum Notausstieg! Hey, wer soll sie zu öffnen? Ich gebe dir Deckung. Such nach allem, was brauchbar ist. Ich gebe dir Deckung. Aber hier scheint nichts zu sein. Na ja. Machen wir mal die Tür da oben auf. Oh. Hier war das Filter wechseln auf T, ne? Ja. Oh, alles klar. Oh. 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 Diese Einblendungen sind krass. Hast du die Erinnerung, oder was? Ja, scheint auch. Wir verlieren Schub. Und die Motoren sind top. Flug 767-54. Weidey. 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 Schlese. Der Tausch. Victoria. Wir gehen runter. Oh, fern wohl der EMB ist von der Punkt. Woah. Abern all Ginge. Welcher! Welch Diag! Welch es ist alserle! Welch! Löch wir uns. Geh ihr coordinates intrusionen und versch】 Man! Milzer! Milzer! Dynam! Red, blarloch! Rab! Rauch! Zu viel Rauch! Krass, das war ja wie in nem kleinen Kino-Film, oder? Die Zwischenquenz war auf jeden Fall heftig. Sieht ihr das auch? Also ich finde das sieht aus wie so ein Gesicht hier auf dem... Aber nur ein bisschen. Kann auch einfach nur Einbildung gewesen sein, aber egal. Was? Wo ist denn der? Woah! Was ist das zu dem Dämon? Er kommt auf dich zu! Was ist das dafür, dass er sich fallen lässt? Ich hoffe das war gesklöptet, sonst war ich es nicht der. Ja, sieht gesklöptet aus. Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast ab! Mach dich bereit! Sie kommen aus der Omen in die Tasche! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Okay, ich kann ja gerade mit rechts und links klicken, kann aber nicht mehr langscht gehen. Der Eingang zum Theater ist in der nächsten Ecke, wir müssen los, sofort, hier nach, schneller, schneller. Oh, da! Los! Hilf mir mal! Schneller, es kommen noch mehr! Verdammt, wir müssen den Eingang ziehen! Rüber hier! Wir müssen die Station wahrnehmen! Geht zur Rolltreppe! Beeilung, schnell! Router, die sind immer noch hinter uns her! Auflache! Auflache, Gottverdammt! Lasst uns rein, ihr Bastarde! Alter, alter, alter! Drei, Bewegung! Diese scheiße Crips, wenn man denkt, er wäre tot, dann war alles noch da. Aha, fett! Was? Ein Kinderspiel, was? 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 Ja. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Ja. Probieren wir es mal, ob wir es in einer Stunde schaffen. Ja, krass, die glühen sogar. Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Du bist in Ordnung. Komm, Ratjomic, wenn du Kultur erleben willst. Das Bolshoi-Theater ist über uns. Alle Schauspieler, die überlebt haben, sind hier. Die Leute kommen aus der ganzen Metro, um ihre Aufführungen zu sehen. Wovor flüchten Sie denn? Wie kann das sein? Wir waren unser ganzes Leben im Reich. Und jetzt sind wir Pricks? Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polizei entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in Nullkomman nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse. Dann kommt rein. Also, Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komme wieder zu dir. Willkommen. Und ruht euch aus. Für dich wahr? Vielen Dank.